Nun, zunächst wird ein Termin zur Diagnostik in der Praxis gemacht und zu einem Gespräch. Das ist völlig schmerzfrei und da wird der Patient erstmal darüber aufgeklärt, ob denn überhaupt eine notwendige Fehlstellung vorliegt. Und sollte das der Fall sein, schaut sich der Facharzt oder die Fachzahlenärztin für Kieferorthopädie das gesamte Kau-System an. Die Zähne, die Kariesgefahr, das Schluckmuster, die Körperhaltung wird bewertet. Das ist alles unproblematisch und für Patienten in keiner Weise unangenehm. Wenn es dann zur weiteren Diagnostik kommt, werden Gebissabformungen genommen. Das kann jetzt mit normaler Abformmasse sein oder eben mit einem digitalen intraoralen Scan. In der Regel kommen dazu noch Fotos von Patienten und sofern notwendig entsprechende Röntgenbilder. Im Anschluss daran wertet der Kieferorthopäde diese Unterlagen alle aus, er stellt Zeichnungen, misst Winkel und misst Rotationen und so weiter und erstellt dann einen für den Patienten individuellen und optimalen Behandlungsplan. Der wird dann im zweiten, je nachdem vielleicht auch im dritten Termin, dann mit Patienten, gegebenenfalls Patienten, Eltern besprochen. Man bespricht verschiedene Therapiealternativen mit dem Patienten, eventuelle Möglichkeiten die Behandlung zu verändern oder auf die individuelle Lebenssituation der Patienten, das ist besonders bei erwachsenen Patienten wichtig, eben anzupassen. Und dann geht's auch schon los. Die Spange wird eingesetzt. Dann ist allerdings unterschiedlich, habe ich eine feste Zahnspange oder eine zum Beispiel durchsichtige Schiene. Und dann sind die normalen Kontrolltermine bei den Schienen, zum Beispiel so in zwischen 10 und 12 Wochen, wenn alles gut klappt, bei den festen Zahnspangen etwas häufiger. Und je nachdem wie groß die Zahnfehlstellung ist und wie gut die Mitarbeit des Patienten ist, gibt es eine kurze oder eine lange Behandlung. Und am Ende wird durch einen sogenannten Retainer, das ist ein kleiner Draht auf der Innenseite der Zähne, sichergestellt, dass das Behandlungsziel auch genauso bleibt, wie wir es uns vorgestellt haben.